Herr Fleckenstein, lassen Sie uns nochmal einen Blick zurückwerfen auf die Ratspräsidentschaft von Estland. Die hatten sich ja auf die Fahnen geschrieben, die Digitalisierung in Europa nach vorne zu bringen, sozusagen auch als fünfte Freiheit. Ist das gelungen? Wie weit sind wir davon entfernt? Wir sind noch ein ganzes Stück davon entfernt, aber mal das zur Seite. Estland ist schon ein Vorbildland. Und Sie wissen, mit E-Government, mit Zugriff auf die Behörden, da zeigen die uns, wie die Zukunft aussehen könnte. Und wir können eine Menge von Ihnen lernen. Und Sie haben sich ja auch sehr eingesetzt, dass innerhalb der EU Glasfasernetze und so weiter mehr ausgebreitet werden, als es bisher der Fall war. Nicht gerade ein Vorbildland, um in Ihren Worten zu bleiben, übernimmt jetzt die Ratspräsidentschaft, nämlich Bulgarien. Dort ist der Jahreswechsel auch alles andere als positiv verlaufen. Es gab eine Serie von Mordfällen, es gab Proteste auf der Straße gegen die Regierung, sogar ein Misstrauensvotum der Opposition. Also ein klassischer Fehlstart für die Ratspräsidentschaft, oder? Naja, man wünscht sich wahrscheinlich einen anderen Start für eine solche Ratspräsidentschaft. Das ist richtig. Und es ist auch richtig, dass Sie immer noch unter besonderer Beobachtung der Kommission stehen. Aber es wäre, glaube ich, falsch zu sagen, dass sich in Bulgarien nichts tut und nichts weiterentwickelt. Trotzdem bleibt Bulgarien eines der Staaten, auf die man besonders achten muss, dass sie das nachholen, was andere vor Eintritt in die EU erledigt haben müssen. Aber da gibt es doch eine ganze Menge nachzuholen. Also auf jedem Korruptionsindex ist Bulgarien ziemlich weit hinten. Auch bei der Pressefreiheit hinter Gabun, ich habe noch mal nachgeschaut, in Europa sowieso immer Schlusslicht. Wie kann man denn in Bulgarien etwas verändern? Ich glaube, das ist in erster Linie Sache der Kommission, darauf zu achten und wenn es notwendig ist, auch um sanften Druck auszuüben, wenn es nicht reicht, auch ein bisschen mehr, dass die europäischen Standards für alle gelten und nicht ausgesucht werden können. Und wenn das mit der Korruption so stimmt, wie Sie eben gesagt haben, dann ist das schon sehr besorgniserregend. Und man muss gemeinsam den Damen und Herren in Sofia zeigen, dass man nicht gewillt ist, das auf Dauer hinzunehmen, dass sie Action brauchen. Der Premierminister, Herr Borisov, kommt ja hierher, das könnte man ihm gleich ins Stammbuch geben. Er kommt relativ selbstbewusst auch hierher, sagt, wir sind fit für den Euro, zumindest für das Wartezimmer. Und wir können vielleicht auch in Sachen Westbalkan oder den Balkanstaaten vermitteln. Ist das realistisch oder Selbstüberschätzung? Nein, beim Euro kann ich es nicht im Detail überblicken. Fürs Wartezimmer mag es reichen. Was die Arbeit mit dem westlichen Balkan angeht, glaube ich, sind sie sogar sehr hilfreich und können durch ganz konkrete Vorschläge, die sie ja ausgearbeitet haben, den Staaten helfen, die dort sozusagen im Wartezimmer der EU sitzen. Und das finde ich sehr positiv. Auch deren Gedanken, dass man in der Wartezeit den Menschen schon zeigen muss, dass man sie will. Zum Beispiel, was das Rooming angeht mit den Staaten der Europäischen Union. Ich finde, wir müssen den Staaten dort helfen im westlichen Balkan, dass sie ihre Ziele erreichen. Vorher kommen sie nicht rein. Und auf der anderen Seite aber auf dem Weg dorthin den Menschen zeigen, wir meinen das ernst. Wir sind keine nur Bürokraten. Wir wollen euch. Und das kann man auch zum Beispiel durch Rooming und solche symbolhaften Dinge zeigen. Zum Schluss vielleicht noch eine Frage, das Inland betreffend, aber auch die Europäische Union. Denn im Wartezimmer ist ja sozusagen auch immer noch unsere neue Regierung. Aber man ist einen Schritt vorangekommen. Die GroKo rückt näher. Es gab die Sondierungsgespräche und da war Europa eines der ersten Themen, was besprochen wurde. Was dort besprochen wurde, wird das Europa Rückenwind geben? Denn es ist ja doch eine ganze Ecke weg von dem, was Martin Schulz wollte, die Vereinigten Staaten von Europa nämlich. Na, ich habe das immer als ein bisschen symbolisch gesehen, im 2025 die Vereinigten Staaten von Europa zu haben. Das hat niemand wörtlich, glaube ich, genommen. Ich kann Ihnen nur sagen, meine Kollegen hier aus den anderen Ländern, die Sozialdemokraten, hoffen sehr darauf, dass die Große Koalition etwas wird, nach dem, was aus den Sondierungen rausgekommen ist. Und ich finde auch, mit einem Investitionshaushalt schlagen wir einen anderen Weg ein. Und viele Dinge werden genannt, die für mich noch so ein bisschen nebulös sind. Aber wenn man nicht über die Koalition verhandelt, wird auch nichts Konkretes draus wachsen. Die Richtung stimmt. Wäre ja auch komisch, wenn Martin Schulz mit am Tisch sitzt, wenn es nicht so wäre. Herr Fleckenstein, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.